Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben die Woche gut überstanden. Die war ja spannend. Mal geht es hoch, mal geht es runter. Die Börse ist ja im Moment nicht so ganz einheitlich, wo sie hingeht. Im Long Term natürlich sehr positiv. Aber wie positiv die Aktienmärkte wirklich sind, das wollen wir uns angucken. Denn wir sind ja auf dem Sessional-Kanal und Sessional ist der Oktober ein ganz, ganz schlechter Monat für Aktien. Besonders die letzten zwei Wochen. Schauen Sie sich bitte das Video zur Sessionalität an, dann wissen Sie auch warum. In diesem Video wollen wir speziell das Risiko uns angucken am Aktienmarkt. Und ich habe eine Überraschung für Sie. Ich will Sie auf einen Umstand aufmerksam machen an der Börse. Über diesen Umstand redet noch keiner. Aber er kommt langsam. Ich habe das ja schon länger im Fokus. Und da sind einige Chancen und Gefahren für Aktionäre, die Sie nicht verpassen sollten. Alles gleich nach dem Intro. So, bevor wir die Risikoanalyse starten, schauen wir uns mal an, was ist denn passiert am Aktienmarkt. Und ich habe Ihnen hier verschiedene Indizes. Hier ist einmal global, das ist also eine Mischung aus 600 amerikanischen Aktien, 600 europäischen, 600 asiatischen Aktien. Immer die größten des Marktes. Das heißt, auch nach Größe dann wieder gewichtet. Und deswegen ist der Stocks Global 1800 natürlich stark beeinflusst von den amerikanischen Tech-Werten, wie der Stocks America 600 auch. Und wir sehen hier in dem Langzeitvergleich hier, dass USA vorne ist. Dann kommt Stocks Global 1800. Logisch, die Mischung. Dann Europa mit 11% plus und dann Asien. So, das ist ein Jahr. 28% für die Amerikaner allerdings in Euro. Hier ist natürlich Euro-US-Dollar-Umrechnungskurs noch zu berücksichtigen. Also das haben wir Europäer, wenn wir in dieses Portfolio investiert haben, hätten wir diese Rendite gehabt. Natürlich abzüglich Kosten. Dann den Stocks Global 1800, 24% plus. Dann haben wir Europa, Stocks Europe mit 18% plus und Asien mit 13% plus. Das ist ja ein Bild, das sehen wir immer und immer wieder schon länger, wenn Sie meine Videos verfolgen. Wenn nicht, unbedingt Kanal abonnieren, denn hier heißt abonnieren gleich informieren. Das ist ja nichts Neues. Aber schauen wir uns mal genauer an. Jetzt die vergangenen drei Monate. Dann sieht das sehr ähnlich aus wie der Amerika mit 3,72%. Stocks Global 1800 mit 2,7%. Stocks Europe mit 0,7% und Asien. Also dasselbe Bild, dass USA nach wie vor die beste Rendite bringt, die beste Performance. Besonders die großen Tech-Werte und dann der Stocks Global natürlich in der Mitte als Mischung. Und dann kommt Europa und Asien. Das ist nichts Neues. Schauen wir uns aber den Monat an, dann sehen wir wieder nichts Neues. Das ist sogar noch schlimmer. Die Tech-Werte hauen noch mehr ab. Woran liegt das? Das liegt jetzt natürlich an der Zinswende, die die FED eingeleitet hat. Eigentlich die EZB schon vorher, aber die EZB hat einfach nicht so viel Gewicht, dass der Aktienmarkt da stark reduziert. Aber die FED mit 0,5% Zinssenkung, was mehr war als erwartet, hat hier eine neue Area eingeleitet. Das ist besonders gut für die Tech-Werte, besonders gut für die Growth-Werte, für die Wachstumswerte, aber besonders für die Kleinen. Da kommen wir noch drauf zurück. Was wir uns aber unbedingt angucken wollen, ist, wir wollen ja das Risiko angucken. Ich scrolle mal hier, dass wir jetzt seit Jahresanfang den Chart haben. Moment, da muss ich noch ein bisschen mehr drehen. 19. Augenblick gleich haben wir es. Jawohl, das ist jetzt Year Today, wie es so schön im Amerikanischen oder Englischen heißt, also seit Jahresbeginn. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Kurve, Amerikaner mit 22% im Plus und so weiter. Sie sehen ja die Grafik. Unverändert, USA ganz vorne, Europa und dann Asien. Okay, was wichtig ist, ist einmal natürlich der Jahresstart ist outperformed. Das heißt, der Abstand ist sehr, sehr groß zum Jahresstart, nämlich mit 22% bei den Amerikanern, in Europa etwas knapper mit 11% und in Asien mit 10% noch etwas knapper. Aber das bedeutet, dass die großen Vermögensverwalter so viel Plus gemacht haben, dass ihr Risikobudget ausreicht. Sie müssen jetzt nicht bei jeder schlechten Nachricht den Markt verlassen. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Marke. Was haben Sie dazu gewonnen? Hier ist Risikopuffer. Das heißt, Sie können im Markt bleiben, wenn er ein bisschen schwach ist und die Jahresendrelle mitnehmen, wenn sie dann später einsetzen würde. Also sollte es den typischen Oktober-Dip geben nach unten und dann Anfang November und zur Wahl, dann noch zur US-Wahl, die Kurse nach oben treiben, dann sind Sie dabei. Sie müssen jetzt nicht absichern. Sie müssen auch nicht rausgehen. Das ist ein super gutes Zeichen für die Börse und ein ganz, ganz wichtiger Index, inwieweit der Oktober wirklich gefährlich ist. Wenn Sie das Video Saisonalität gesehen haben, wissen wir ja auch, dass 65% der Oktobermonate gut verlaufen sind, aber die anderen dann dementsprechend schlecht. Also insofern eigentlich gut Wetterlage von dieser Seite her. Dann schauen wir uns das Risiko an, den ersten Risikokennzahlen, nämlich die Volatilität wird als Risikomaß verwendet. Finde ich nicht ganz so glücklich, aber es ist ein anderes Thema. Alle gucken auf die Volatilität, die ist relativ niedrig. Die war hier im August recht hoch, kam dann runter, kleine Welle im September, auch ganz typisch und ist jetzt weit unten. Auch wieder ein gutes Zeichen für die Börse, niedrige Volatilität heißt, dass viele, viele Handelssysteme, viele Fondsmanager, viele Vermögensverwalter dorthin gucken und sagen, das Risiko ist im Moment klein am Aktienmarkt. Ich sehe das eher als Kontraindikator, wenn die Volatilität sehr, sehr klein ist und sehr lange klein ist, dann ist die Gefahr eines Rückschlags natürlich relativ hoch. So, jetzt wollen wir uns mal den S&P 500 angucken in Dollar und zwar will ich Ihnen hier was zeigen. Das ist eine maximal lange Kurve. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das sind. Das sind 20 Jahre. Und da sehen wir in Rot den S&P 500, super Performance, wie so ein langer Chart eben aussieht mit Aufs und Ab, aber auf der langen Bank dann bergauf. Deswegen mögen wir die Aktien ja, weil sie langfristig in der Regel nach oben gehen. So, und dann haben wir aber die grüne Kurve, das ist der S&P 500 ebenfalls, aber Sie sehen hier Equal Weighted, gleichgewichtet. Was ist der Unterschied? Der S&P 500 ist nach Marktkapitalisierungsgewichte wie fast alle Indizes. Nicht alle, aber fast alle. Das bedeutet, dass hier die 500 größten Aktiengesellschaften, die, ich glaube, an der New York Stock Exchange gehandelt werden, genommen werden und jetzt nicht gleichgewichtet wie in dem grünen Index, also jeder kriegt ein Fünfhundertstel des Anteils. Nein, nach Marktkapitalisierung. Das heißt, die ganz großen Big Tech-Werte, die über 2 Billionen, 2,8 Billionen Marktkapitalisierung haben, die haben einen hohen Anteil, 7%, 8%. Das heißt, die Big Seven haben allein 40% Anteil an der Rendite in diesem Performance. Das heißt, die Großen haben hier mehr Einfluss und die Kleinen weniger in der roten Kurve im S&P 500. Beim Equal Weighted, da sind wirklich dieselben 500 Aktien drin, aber gleichgewichtet mit einem Fünfhundertstel. Und das bedeutet, dass die kleinen Unternehmen hier mehr Einfluss haben oder gleich viel Einfluss haben als die Großen. Und dieser Unterschied ist immer sehr, sehr interessant. Und da will ich Sie auf etwas aufmerksam machen. Langfristig ist es immer so, in einem Aufwärtstrend sind die Kleinen besser als die Großen, weil die einfach mehr wachsen können. Und es geht um Wachstum. Wenn ich eine Aktie kaufe, muss die wachsen, damit auch Performance kommt, also damit die Rendite auch im Kurs sich irgendwann widerschlägt. Wenn ich kein Wachstum in der Aktiengesellschaft habe, nur eine Dividende, dann bleibt der Kurs relativ stabil oder steigt nicht sehr stark. Vielleicht mit der Inflation. So ist das. Das heißt, die Kleinen, die wachsen können, haben mehr Performance im Aufwärtsschwung, besonders wenn die Wirtschaft gut läuft, natürlich. In einem Abschwung sieht es natürlich gerade umgekehrt aus. Das sehen wir hier. Das war 2007 in der Krise. Liebe Ambrothers, Sie erinnern sich vielleicht. Da geht das, was schneller ging, auch wieder schneller weg. Das heißt, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, besonders wenn die Zinsen nach oben gehen, dann tun sich die Kleinen schwieriger zu wachsen und dann hüpfen auch die Anleger eher wieder zu den Großen. Das sehen wir hier sehr groß im Langzeitvergleich. Bei 10 Jahre sieht das plötzlich anders aus. Im 10-Jahres-Vergleich ist der S&P 500 deutlich besser als der Equal-Rated. Und wir sehen auch, dass dieser Unterschied hier so langsam rauskommt. Wenn ich 5 Jahre gucke, sehen wir, das hat sich teilweise wieder beruhigt. Aber hier seit der Zinswende, seit die Zinsen gestiegen sind, also nach Corona, tun sich die Kleinen immer schwerer. Und das ist der Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte. 3 Jahre, 1 Jahr. Man sieht auch an den 3 Jahren genau, hier gibt es ein paar Erholungsversuche. Da sind die Zinsen ein bisschen runtergekommen und schon gehen die kleinen Aktiengesellschaften besser ab. Aber hier geht es wieder weit auseinander. Das ist dem Zins zu verdanken. Hier sehen wir auch 1 Jahr und 3 Monate und dann sehen wir plötzlich, aha, seit 3 Monaten geht das wieder auseinander und die Kleinen performen besser. Das ist das, was ich Ihnen angekündigt habe. Das bedeutet, ich gehe davon aus, mit der Zinswende, die die FED eingeleitet hat, sie hat ja jetzt auch versprochen, es kommen jetzt noch mehr Leitzinssenkungen. Und das bedeutet, dass, oder man kann davon ausgehen, dass wir jetzt innerhalb der Indizes eine Rotation bekommen, dass die Kleinen besser performen werden als die Großen in den nächsten Jahren. Und das ist eine Chance, aber auch ein Risiko, beides. Die Chance ist, sich natürlich auf die Indizes Equal Weighted oder zu gucken, dass ich in meinem Portfolio auch kleine und mittelgroße Aktiengesellschaften habe. Das ist ganz wichtig. Aber das Risiko ist auch, dass die großen Indizes, die MSCI World, Stocks Global 1800, S&P 500, dass die marktkapitalisierungsgewichteten Indizes schwächeln werden. Und ich glaube, es wird auch in Zukunft nicht mehr so einfach werden, einfach ETF auf dem Index, die marktkapitalisierungsgewicht sind, kaufen und dann habe ich eine gute Performance. Ich glaube, das wird nicht mehr so gut funktionieren wie früher, wie in den vergangenen 10, 15 oder sogar 20 Jahren. So, und das ist der Punkt, den ich Ihnen unbedingt zeigen wollte. Das können wir uns auch noch in Europa angucken. Da ist aber auch kein großer Unterschied. Also wenn ich hier 10 Jahre gucke, auch hier sind die gleich auf. Da ist der Unterschied nicht ganz so groß. Fünf Jahre, da sieht man es schon besser, dass nach der Zinswende hier die Kleinen einfach geschwächelt haben. Drei Jahre sieht noch schlechter aus. Ein Jahr, da kommen sie wieder zusammen. Das sieht man schon, okay. Und in drei Monaten geht es nicht ganz so weit auseinander, weil die Kurse auch nicht so weit auseinander lagen wie in den USA. In den USA sind die großen Big-Tale-Werte einfach wahnsinnig hoch bewertet. Das heißt, da wird schon wahnsinnig viel Wachstum vorausgeeilt, investiert und ist schon in dem Kurs mit drin. Das heißt, wenn ich gucke, wie viel Wachstum kann ich mir kaufen, zu welchem Preis ist USA teuer. Im Vergleich, was zahle ich jetzt für Aktien und was habe ich für Wachstumserwartungen im Vergleich zu Europa. Viel, viel günstiger. Das heißt, hier zahle ich viel weniger für die gleichen Wachstumserwartungen. Also das ist der Punkt, der interessant wird. Das heißt, ob jetzt einfach nur USA, S&P 500, MSCI World so eine gute Anlageidee ist für die nächsten drei, fünf bis zehn Jahre. Ja, wahrscheinlich macht man nichts falsch, sage ich mal. Aber man hat wahrscheinlich eher so drei, fünf oder sieben Prozent zu erwarten pro Jahr. Während bei den Small Caps oder Equal-Rated-Indizes hier mehr zu holen ist. Aber jetzt schauen wir uns die weiteren Risikoparameter an. Wir schauen uns den Angst- und Gier-Index an, den Fear-and-Greed-Index. Der ist auf Gier. Und da schauen wir uns nicht alles im Detail an, sondern das, was wir uns schon angeguckt haben. Natürlich der Chart. Also die Kurse sind über der 200-Tage-Linie oder 125-Tage-Linie oder auch über dem Jahresstart. Also das sieht technisch sehr gut aus. Ich gehe nicht so ins Detail, weil wir das nächste Woche machen. Die Stärke des Marktes, also wie viele Aktien steigen, das hat sich verbessert. Auch das sieht man am Unterschied Equal-Rated und Marktkapitalisierung, also Valuated-Indizes. Hier sieht man auch, dass die Marktbreite jetzt besser ansteigt seit der Zinswende. Und das sehen wir auch hier in dem Stock Price Strength. Also in der Stärke sind immer mehr Aktien, die eher 52 Wochen hoch haben. Und auch die Volumen sozusagen werden gehandelt. Auch die steigen. Die Handelsvolumen steigen mit den Kursen. Das ist ein gutes Zeichen für den Aufwärtstrend. Aber wir sehen ja auch, das ist hier so ein Gereite. Also es geht auch immer wieder zurück. Jetzt sind wir gerade wieder ein bisschen auf dem Rückweg. Put-Call-Ratio, das heißt, wie viele Anleger sind pessimistisch und kaufen Put-Optionen. Wie viele Anleger sind optimistisch und kaufen Call-Optionen. Und hier haben wir einen deutlichen Überhang an Optimisten, die Call-Optionen kaufen. Gefährlich wird es erst, wenn es mal unter 0,6 geht. Da will ich dann wirklich vorsichtig sein. Das ist dann schon eine Ankündigung für eine Trendwende. Oder wenn wir hier deutlich überein sind, dann ist es auch umgekehrt Trendwende von fallenden zu steigenden Kursen. Die Volatilität haben wir uns schon angeguckt. Die ist auf einem normalen Niveau. Die war im August recht hoch, kam dann immer wieder hoch. Also wir sind in einem Bereich, wo man jetzt keine Angst haben muss. Also als Kontraindikator. Aber wir sind im Bereich, wo viele Manager sagen, wir sind im normalen Schwankungsbereich. Die Tagesschwankungen finde ich ein bisschen hoch im Moment. Aber anderes Thema, machen wir heute nicht. Safe-Haven-Demand, klar, im Moment mit Aktien mehr zu verdienen als mit Zinsen. Noch ganz interessant ist, wo hohe Nachfrage ist es bei den Unternehmensanleihen. Schauen Sie sich das fundamentale Video an. Da habe ich das besprochen, warum gerade viele Anleger in den USA sehr gerne Unternehmensanleihen nehmen statt Aktien. Obwohl es ja ein sehr aktienlastiges Land ist. So, dann schauen wir uns die Umfrageergebnisse an. Jetzt vor zwei Tagen wurden Anleger in den USA, und zwar professionelle Anleger, institutionelle Fondsmanager, Vermögensverwalter gefragt, wie sie den Markt in den nächsten sechs Monaten sehen. Und 49 Prozent sind optimistisch, aufgrund natürlich der Zinslage. Und 20,6 sind pessimistisch. Das finde ich schon als Kontraindikator. Wenn so viele Optimisten da sind, wer kauft denn da noch Aktien? Weil die haben ja alle schon Aktien gekauft, die sind ja schon investiert, die Optimisten, und halten ihre Aktien. Ich brauche bei, wenn ich steigende Kurse will, neue Anleger, und die sind im Moment nicht zu sehen. 20,6 Prozent ist extrem niedrig bei den Bären, also die, die glauben, dass die Kurse fallen werden. 30 Prozent sind neutral, das ist normal. Ja, also das ist mir schon fast zu gut. Und von dem her, das ist eine der Zeichnungen, wo ich sage, na, es könnte auch nochmal einen Rücksetzer geben, wie im Oktober. Übrigens war ich vor drei Tagen an der Frankfurter Börse, habe dort ein Interview gegeben. Sehr spannend, ich verlinke Ihnen das sofort, sobald das im Finanznews.tv veröffentlicht wird. Da habe ich gerade auch über diese Themen gesprochen. Was wird denn überhaupt noch wachsen? Wo kann man denn überhaupt noch Gewinne erzielen? In welchen Märkten, bei welchen Aktien? Anderes Thema, und jetzt kommen wir zum Schluss, zum Höhepunkt, nämlich die Aktienquote der amerikanischen Anleger. Warum die Amerikaner, falls Sie den Kanal nicht kennen, aber die Amerikaner haben einfach unglaublich viel Geld in Aktien, viel, viel mehr Handelsvolumen. Es ist die Weltmacht. Und wenn die Amerikaner sagen, Aktien sind schlecht und verkaufen, dann fallen alle Indizes weltweit. Weil auch gerade der DAX, der ist ja durch amerikanische Investoren dominiert und nicht durch deutsche Anleger. Das muss man wissen. Auch die Stocksindizes, da sind die Amerikaner drin. Und wenn die sagen, Europa schlecht und verkaufen, dann fallen hier die Kurse. Die haben die größte Marktmacht am Kapitalmarkt. Und wenn die alle short gehen, dann sieht es hier schlecht aus. Aber leider fehlt die Woche noch. Ich weiß nicht, ob die einen Feiertag hatten oder was da los war. Eigentlich ist es kein Feiertag gewesen. Aber man sieht hier, dass die Aktienquote nach oben gegangen ist. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also das heißt, die Anleger in den USA sind auch optimistisch. Also die stimmen nicht nur optimistisch ab, sie handeln auch optimistisch. Das sehe ich anhand der Optionen und an der Aktienquote. Und da ist aber noch ein bisschen Pulver übrig. Das ist noch nicht übertrieben. Das heißt, die Kurse können tatsächlich in der Jahresendrallye noch steigen. Aber ich glaube, beides. Ich glaube, wenn wir einen Rückgang kriegen jetzt noch im Oktober, die letzten zwei Wochen sind ja sehr gefährlich, dann wird er nicht so stark sein. Aber ich glaube, dass die Jahresendrallye auch nicht so wahnsinnig stark werden wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch mal 15, 20 am Schluss nach oben drauf packen können. Ich glaube eher, dass das moderat nach oben geht. Das ist so mein Eindruck heute. Das kann sich bei jeder Analyse wieder ändern. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Verpassen Sie nicht das nächste Video, denn da werden wir in die technische Analyse einsteigen. und hinter die Kurse ganz genau gucken. Alles Gute, Ihr Thomas Hupp. Was ist das nächste Video? Beide Hückel personen. Das ist eine größte Frage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017